Hi Leute, ich wollte nur mal kurz etwas ansprechen. Ich habe es ja schon im letzten Part von The Legend of Zelda The Wind Waker am Ende kurz erwähnt, dass für die nächste Woche ungefähr keine Videos kommen werden, weil ich auf Klassenfahrt bin. Das wollte ich nur mal sagen, denn ich will ja nicht davon ausgehen, dass ihr wirklich all meine Videos guckt. Vielleicht seid ihr ja nicht in Zelda interessiert oder sowas. Und dass ihr das auch immer bis zum Ende guckt, da habe ich mir gedacht, ja für die, die es nicht gucken, die fragen sich dann nachher doch noch. Ich habe auch heute zwei Videos noch hochgeladen, die ich schon vorher aufgenommen hatte, weil ich meine, da habe ich jetzt Zeit einfach auf Öffentlich zu klicken. Das sind einmal Super Paper Mario und einmal Mother 3. Das könnt ihr dann ja gucken. Also normalerweise kommen die beiden Spiele ja nicht am gleichen Tag, aber diesmal schon. Einfach weil heute ein Ausnahmetag ist für mich. Ich bin dann ab heute Abend weg, also falls ihr mir noch irgendwas sagen wollt, dann macht das so schnell wie möglich. Ja, bis dann. Hab nicht mehr viel zu sagen dazu. Ciao. Ciao. Ciao.